Sehr geehrte Frau Präsidentin, das wird mir reichen, denn es gibt eigentlich nur noch eines zu sagen. Nicht zuhören, am Thema Vorbeireden, das sind tatsächlich Dinge, die in der Schule zu einer schlechten Note führen, das ist korrekt. Pädagogisch gab es hier heute wirklich ein paar Probleme, nämlich wenn wiederholt einfach etwas am Thema vorbei geschrieben oder erzählt wird, dann läuft da etwas schief, Kollege Raber. Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, dass gerade das Kollege Commanson es damals ganz glaubwürdig vertont hat, warum er als Person das damals machen wollte. Dafür gab es Gründe, damit konnte er überzeugen und ihre jetzige Ministerin, die überzeugt eben nicht. Punkt.